Hallo Leute, hier ist wieder Rank of Action Productions und jetzt mit einem neuen Update. Das soll auch keine große Sache jetzt werden. Ich wollte eigentlich nur wichtige Sachen wie in dem Contest sagen. Und zwar habe ich das ehrlich nicht gewusst, dass YouTube jetzt diese Änderung mit den persönlichen Nachrichten vorgenommen hat. Das ist natürlich jetzt doof, weil mit den Einsendungen ist das natürlich jetzt problematisch. Zumal YouTube ja auch schon die Videoantworten rausgenommen hat, sonst hätten wir das natürlich so gemacht. Aber ich denke mal, wir werden das jetzt so machen, dass ihr dann einfach den Link mit, ja ihr schreibt einfach Contest-Einsendungen in die Kommentare und postet dann euren Link halt dazu. Und damit wäre die Sache dann glaube ich gelöst, aber ich muss mir da nochmal überlegen. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da eine andere Vorstellung habt, also eine andere Idee habt, wie wir das auch noch machen können. Weil, ja, bis auf diese Idee mit dem Link ist mir jetzt nicht so viel eingefallen. Weil es ist auch für uns problematisch, wenn wir jetzt quasi von jedem auf, also auf eure Seite gehen müssen und dann gucken müssen. Äh, ja, halt das Mock, wo das ist und so. Das ist natürlich dann auch sehr umständlich. Und daher, das mit den Links wäre glaube ich das Beste. Was mir jetzt eingefallen ist, kann sein, dass ihr da eine bessere Idee habt. Deshalb würde ich euch bitten, falls ihr das habt, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Das würde auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Ja, ist natürlich sehr doof mit den persönlichen Nachrichten. Ähm, tut mir leid, ich habe es ehrlich nicht gewusst. Weil, ja, im Posteingang sind wir eigentlich nicht so viel. Wir lesen zwar die Kommentare, aber das immer nur, ja, halt über die YouTube-App auf dem Handy. Und, ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, eigentlich wollte ich euch auch den, der, ja, der Wasserfall hier nicht zeigen. Also, der Wasserfall an sich ist fertig. Da oben fehlt jetzt noch hier, ähm, der restliche Teil. Den mache ich jetzt auch, äh, noch fertig. Und, ja, ich wollte euch den eigentlich im nächsten Work in Progress zeigen, was dann morgen kommen wird. Aber, ja, ich wusste jetzt nicht, was ich zeigen sollte in dem Update, weil ich wollte euch das halt sagen. Und ich hatte jetzt keine Lust, ein, ja, dunkles Video zu machen einfach. Aber, ja, okay, jetzt habt ihr es gesehen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, ja, wie gesagt, morgen wird dann das neue Work in Progress kommen. Und ich denke mal, ich werde dann hier mit den Bäumen und den Pflanzen anfangen und euch dazu ein paar Tipps geben. Und, ja, dann wird das Mock auf jeden Fall, dann werde ich das dann hinter der Kamera schon ziemlich weit bringen. Denn, äh, mit den, ja, mit den, mit den Pflanzen und den, den Bäumen, wo ich mich übrigens ja schon darauf freue, weil ich jetzt endlich hier mit diesen Teilen, die wir uns in der letzten Picker-Brick-Bestellung geholt haben, ähm, kann ich dann endlich jetzt die Bäume bauen. Muss ich noch ein bisschen dran rumtüfteln, weil wir es halt noch nicht gemacht haben bis jetzt. Aber, ja, ich denke mal, das wird ganz cool und ich freue mich auf jeden Fall schon. Und, ja, wie gesagt, also, sorry nochmal wegen der PN-Geschichte, aber ich denke mal, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und, ja, falls ihr da noch was habt, dann schreibt es wirklich in die Kommentare, auch andere Ideen. Schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr denkt. Ähm, wir lesen das gerne, wir hören das auch gerne. Und, ja, ciao Leute, wir sehen uns.